Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Und wir schauen mal, was wir heute denn so reißen können. Also irgendwie mein Standardspruch fällt mir gerade auf. Aber wir haben glaube ich letzte Runde gewonnen. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt wieder auf dem aufsteigenden Kran. Aufsteigender Kran. Irgendwie doof. Aber naja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Wir werden dafür sorgen, unser Bestes zu geben. Und wir müssen den Bereich sichern. Und wir greifen an. So, wir nehmen dann die anderen. Ich überlege gerade, ob ich Glass spielen möchte. Ich glaube, ich mache das mal. Ich weiß, wir brauchen eigentlich Fair Might, aber ich möchte den jetzt gerade nicht spielen. Deswegen schauen wir mal, was wir mit Glass reißen können. Und wir haben womöglich wieder einen Rekruten. So, wo sind die Gegner? Der Bio-Tarbon-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Die sind schon mal nicht im Keller. Ich gehe jetzt mal ganz hoch. Da ist aber auch keiner. Ich gehe jetzt mal ganz kurz den hier. Was sind die denn? Die müssen ja eigentlich hier oben sein. Streusprengsatz einsatzbereit. Gehen wir mal ganz kurz aufs Dach. Die Drohne ist vorbereitet. Leidemagazin! Es hat schon mal zwei weggeholt, was gar nicht so schlecht ist. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Aufstehen! Okay. Erste Runde gewonnen. Jetzt hoffen wir mal, dass das als Verteidiger genauso bleibt. Dann mache ich hier mal die Türen dicht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Team. Ich hoffe, die bleiben drin. Dann können wir vielleicht direkt noch eine Folge aufnehmen. Mit so Leuten spielt man natürlich gerne. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Erstmal alles hier zumachen. Es bleiben zehn Sekunden. Du musst in dieser Zone bleiben. Nur noch fünf Sekunden. Für Amerikaner errichtet! Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht gefolgt. Sie versuchen, ihn während des Angriffs aufzuspüren. Bereite Willkungsmacht vor. Auf, auf euch. Lade nach. Platziert und Einsatz bereit. Ja, die haben die Kameras weggemacht. Die haben die Kameras weggemacht. Wechsle Magazine. Ich lade nach. Erstmal noch Rüstung nehmen. Habe ich ganz vergessen. Setze Störsender ein. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Von da kommen sie. Nur noch ein Gegner übrig. Wir haben die Kameras weggemacht. Wir haben die Kameras weggemacht eingestellt. Den Gegner sollen wir sicherlich das Bio-Gefahrgut-Behälter abhalten. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Sehr schön. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Team Blau. So, wer möchte denn was spielen? Nehme ich hier wieder Glass. So, er wählt noch aus. Ich hoffe, er wählt wirklich aus. Ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problem. Okay, Rekrut. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Wir müssen immer hin, wo sie sind. Sie sind im gleichen Raum wie wir. Schauen wir nochmal, ob wir ein paar wegsnipern können da. Einsatz in fünf Sekunden. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Tor ist bereit. Das war doof. Tja. Ich hoffe, die reißen das. Da war ich ein bisschen nubig. Ich wollte eigentlich meinem Teammate helfen. Na ja, lief nicht so toll. Der war schön. Bitte lasst die das holen. Das wäre wichtig. Ich meine, im Notfall spielen wir noch eine Runde länger. Oder zwei. Ja, echt. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Alter, den hat man gesehen. Eigener Trupp wurde eliminiert. Da läuft er jetzt echt in die Falle. Mit dem Laser. Naja. So, ich mache hier wieder Castle-Wände. Ich hoffe, die anderen zwei Wellen auch noch was. Gut, der einhert wahrscheinlich wieder nicht. Der Bogen ist verstärkt. Der Bogen ist verstärkt. Tür ist sicher. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Tür abgesperrt. Zeit für einen wirklichen Schuss. Ich hoffe mal, dass das reicht. Nur noch fünf Sekunden. Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Marikade errichtet! Lege Willkommensmatter aus. Störsender sind bereit. Das war jetzt bitter. Er legt aber auch die Dinger auf die Treppe. Ganz ehrlich. Natürlich mit einem Schuss. Ist klar. Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters und bebrochen. Die Feinde ausschalten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Nur noch ein Gegner übrig. Haben Sie den? Und einen haben Sie nicht. Der muss jetzt mal langsam kommen. Der Busch. Der muss jetzt mal langsam kommen. Oh, sehr schön. Haben wir gewonnen. Tja, ich glaube, da können wir gleich noch eine Runde dranhängen. Für euch war es das erstmal, aber ich nehme hier vielleicht noch eine Runde direkt hinterher auf. Bis dahin, haut rein!